Wie steht's denn? Alles ruhig. Es ist zu ruhig. Richtig. Die warten bis Sonnenaufgang. Rolf, weißt du, warum wir hier sind? Wir verbreiten die deutsche Kultur und zwar gründlich. Ist das eine beschissene Welt. Hat nicht jemand mal gesagt, dass der Krieg für ein wirklich kultiviertes Volk die höchste Lebensform sei? Ja, da gab's mal so einen Verrücken. Ich glaub, der hieß Friedrich von Bernhard. Richtig. Ja. Ja, und der Klausewitz hat gesagt... Ach, der Klausewitz. Von Klausewitz stammt auch der Satz, der Krieg sei die Fortsetzung der Politik... Mit anderen Mitteln. Ja. Mit anderen Mitteln. Hast du eigentlich schon mal dran gedacht, Kinder zu haben, Rolf? Ja, schon. Und warum hast du keine? Das weiß ich selbst nicht. Unter jeder Uniform versteckt sich eine andere. Hau ab! Das sind alles nur blöde Zufälle. Und wir alle sind daran schuld. Ich ebenso wie die anderen. Dieses Töten ist vollkommen sinnlos. Und trotzdem machen wir alle immer wieder mit. Aber es hat nie etwas eingebracht. Das wird's auch nie tun. Niemals! Wir sind zwischen den Fronten. In Niemandsland. Du und ich. Geh nach Hause. Steiner! Steiner! Schöne! Okay!